Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir für meinen Teil könnte es gar nicht besser gehen, denn die Sonne scheint, ich bin ein richtiges Sommerkind, ich genieße das also sehr. Und wo wir schon bei den erfreulichen Dingen des Lebens angekommen sind, möchte ich, bevor wir in den Fall starten, mit euch noch über Schlaf sprechen. Immer häufiger lese ich nämlich, dass ihr meine Videos zum Einschlafen schaut und das finde ich erstmal voll das große Lob, dass meine Stimme euch praktisch einschläfert, ist die falsche Vokabel an der Stelle, ne? Naja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, euch irgendwie beruhigen zu können. An der Stelle interessiert es mich auch, ob ihr gut schlaft, denn ich für meinen Teil tue das sehr wohl. Ich kann euch auch nur eins sagen, Schlaf ist extrem wichtig. Das ist was, worauf ich sehr viel Wert lege, denn, ja, wer müde ist, der ist auch schnell zickig. Ich jedenfalls. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, ein neues Bett und eine gemütliche Matratze zu haben, auf denen ich so gut schlafe. Ihr merkt es wahrscheinlich, die Laune ist eine andere. Ich habe nämlich das Emma One Boxspringbett erhalten und für euch getestet. Ich sag's euch, diese Boxspring-Technologie ist für den Schlaf so unfassbar gut. Unter anderem findet ihr bei Emma aber auch Matratzen, Kissen, Topper und Lattenroste. Roste? Roste. Lattenroste. Jetzt habe ich noch ein paar Fakten für euch. Bei Emma ist kostenloser Versand und Abholung inklusive. 100 Nächte lang könnt ihr risikofrei Probe schlafen. Ihr habt 10 Jahre lang Garantie auf dem Matratzenkern. 10 Jahre. Emma bietet Produkte für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Denn ja, da gibt's Unterschiede. Abgesehen davon sind die Bezüge auch noch abnehmbar und waschbar. Aber schaut doch einfach mal selber auf der Webseite nach. Da werdet ihr noch etliche weitere Angebote finden. Und einen Code habe ich für euch. Nämlich Lucia Leona. Wer hätte es gedacht? Damit spart ihr 5%. So viel zum Thema Schlafen. Ich wünsche allen, die bei diesem Video auch wieder wegnicken, schon mal eine gute Nacht. Und ansonsten muss ich jetzt sagen, dass dieser Fall tatsächlich sehr, sehr ernst ist und sehr tragisch. Es gibt wahnsinnig viele Theorien rund um das, was dort geschehen ist. Und deswegen würde ich sagen, holt euch einen Tee, macht's euch gemütlich und wir starten jetzt rein. Ich nehme euch mit nach Colorado. Genauer gesagt nach Boulder. Und ich möchte euch auch eine Familie vorstellen, nämlich die Familie Ramsey. Die besteht aus John Ramsey, Patsy Ramsey, Burke Ramsey und Jean Benet Ramsey. Jean Benet, die ja einen sehr schönen und außergewöhnlichen Namen hat, wurde übrigens nach ihrem Vater benannt. Der heißt nämlich Jean Benet Ramsey und daraus haben sie dann Jean Benet geformt. Die Familie Ramsey hat richtig Asche. Die sind sehr, sehr wohlhabend. Der Vater ist führender Unternehmer. Ihm gehört ein Unternehmen mit dem Namen Access Graphics. Und die Familie ist im ganzen Viertel bekannt als die Familie, die es raus hat, die Familie, die Geld hat, die mit dem schönen Haus, was das ganze Jahr über immer passend dekoriert ist. Also zu Ostern gibt's dann überall Häschen im Garten. An Weihnachten wird dann der Nikolaus quer übers Dach gespannt und dieses Haus zieht Aufmerksamkeit auf sich. Kleiner Funfact, die Villa der Familie Ramsey hatte 15 Schlafzimmer. 15. Vierköpfige Familie. What? Nicht nur das Haus an sich zieht eben Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch die einzelnen Bewohner dieses Hauses. Vor allen Dingen Jean Benet. Patsy, die Mutter, war früher einmal Teilnehmerin an Schönheitswettbewerben. Und Jean Benet tut es ihrer Mutter schon gleich. Die damals noch Sechsjährige nimmt schon an Schönheitswettbewerben teil. Und ich frage mich, was denkt ihr dazu? Ich habe zu diesen Schönheitswettbewerben nämlich eine sehr starke Meinung. Ich finde, das ist nichts für Kinder. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Clips, gerade die aus Amerika, wo kleine Mädels aufgebrezelt werden mit Hochsteckfrisuren und in Cosplay-Kostümen. Teilweise haben die dann wirklich so Shorts an oder ganz knappe Röcke. Ich finde nämlich, Kinder sollten Kinder bleiben und nicht wie Erwachsene auf einer Bühne zur Schau gestellt werden. Und nun ist es so, dass Jean Benet ein wunderschönes, süßes Mädchen ist und da regelrecht aufgebrezelt und aufgedonnert wird und zur Show gestellt wird. Und das finde ich etwas sehr Unnatürliches. Das ist mal eine ganz starke Meinung. Normalerweise halte ich mich ja hier zurück und berichte ja eher. Aber dieses Thema Schönheitswettbewerbe, Kinder in übersexualisierte Kostüme zu stecken und dann auf eine Bühne zu werfen, damit dann die Eltern irgendeinen Traum ausleben können, finde ich schwer. Können wir gerne mal ein eigenes Video zu machen, aber so sah es auf jeden Fall auch in der Familie Ramsey aus und Jean Benet hat einen Preis nach dem anderen abgeräumt. Insgesamt waren fünf sehr, sehr wichtige Titel dabei, die sie gewonnen hat. Fragt mich nicht, wie diese Titel hießen, aber sie hat es auf jeden Fall drauf. Die Leute haben sie vergöttert und von allen Seiten wurde die Familie Ramsey bewundert. Es ist Weihnachten in Colorado und die Familie Ramsey hat sich wieder mal nicht lumpen lassen. Am 24. Dezember 1996 ist also das Haus geschmückt und hergerichtet. Der Vorgarten ist voll mit Lichtern und Bekannte, Familie und Verwandte kommen vorbei, um bei den Ramseys zu essen. Die Dekoration wird bewundert, das köstliche Essen wird gelobt und die Stimmung ist ausgelassen. Es wird sogar ein Weihnachtsmann engagiert, der dann die Kinder bespaßt, während die Eltern sich austauschen und quatschen. Dieser Tag geht zu Ende. Am 25. sind die Ramseys dann außerhalb essen. Sie besuchen jetzt eine andere Familie, die Familie White. Und wie das so ist mit diesen Weihnachtstagen, so viel Spaß sie auch machen, so anstrengend sind sie auch. Und als es dann nach Hause geht, schläft Jean Benet im Auto schon ein. Sie ist fix und alle, die letzten Tage waren zu viel, zu viele Gesichter, zu viel Trubel. Und sobald die Autotür zugeht, schläft sie ein und wacht auch erstmal nicht mehr auf. So bringt Jean, ihr Vater, sie dann ins Zimmer. Sie schläft einfach durch und das war, glaube ich, so der beste Moment als Kind. Erinnert ihr euch daran, dass man einfach egal wo einschlafen konnte? Und man war sich sicher, irgendwer wird mich schon ins Bett tragen. Also jedes Mal, wenn ich im Auto oder auf der Couch eingeschlafen bin und im Bett wieder aufgewacht bin, dachte ich mir, toll, das kann immer so weitergehen. So war es eben auch für Jean Benet. Sie wird dann in ihr Bett getragen und Bett fertig gemacht, ohne dabei so richtig aufzuwachen. Es ist mittlerweile der 26. Dezember und Patsy steigt in den frühen Morgenstunden die Wendeltrippe zu dem Wohnbereich hinunter. Auf einer der unteren Treppenstufen sieht sie etwas liegen und geht erst davon aus, dass es was Unwichtiges wäre, irgendwelche Notizen von John, irgendwas, was er dahin gelegt hat, um es am nächsten Tag wieder zu finden. Aber je näher sie diesem Gegenstand kommt, desto deutlicher wird für sie, was es ist. Es ist ein dreiseitiger, handgeschriebener Brief und sie braucht nur einen Blick darauf zu werfen, um herauszufinden, dass es sich dabei um einen Erpresserbrief handelt. In dem steht unter anderem geschrieben, dass ihre sechsjährige Tochter Jean Benet in Sicherheit ist und unversehrt und wenn sie 1997 erleben soll, sollte man den Anweisungen, die im Brief geschrieben sind, ganz genau folgen. So steht im Brief unter anderem, dass auf gar keinen Fall die Polizei kontaktiert werden darf und ein Lösegeld in der Höhe von 118.000 Dollar gefordert wird. Dabei wurden sehr grafische und brutale Schilderungen des möglichen Todes von Jean Benet geschildert. So steht dort, man würde ihr den Kopf abhacken oder andere schreckliche Dinge, sollte die Familie Ramsey gegen diese Instruktion verstoßen. Und obwohl geschrieben steht, dass die Polizei nicht kontaktiert werden darf, geht um 5.52 Uhr ein Anruf bei 911 ein. Es ist die panische und aufgelöste Patsy. Sie meldet ihre Tochter als vermisst und fleht um Hilfe. Sie sagt, dass niemand, der im Haus lebt, weder sie noch John noch Burke irgendwas gehört haben. Es sei alles normal gewesen, aber jetzt sei Jean Benet weg. Und alles, was bis hierhin passiert, finde ich absolut verständlich. Denn auch wenn dort gestrieben stand, nicht die Polizei kontaktieren, ist es ja das Naheliegendste, dass man auf jeden Fall sich nach Hilfe sehnt und die auch dazu holt. Das sind Menschen, die sind ausgebildet dazu, zu helfen und vermisste Menschen wiederzufinden, Ermittlungen einzuleiten, alles fein. Aber Patsy macht jetzt etwas sehr Seltsames. Vielleicht ist es nicht seltsam, vielleicht ist es eher riskant. Denn sie ruft jetzt sämtliche Verwandte und Freunde aus dem Umfeld an. Diese bittet sie dann rüber zu kommen. Und ehe die Polizei eintrifft, ist das Haus schon voller Leute. Und das verstehe ich nicht. Wir kommen später noch genauer dazu, aber ihr müsst euch vorstellen, der Erpresser hat ausdrücklich drum gebeten, niemanden hinzuzuziehen. Keine Polizei. Aber wie auffällig ist es dann, wenn man dann noch einen Pulk an Leuten in das Haus holt? Naja, wie gesagt, das alles sind Themen, zu denen kommen wir gleich. Jetzt geht es erstmal hier mit der Struktur weiter, die ich immer wieder verlasse, weil ich mich verquatsche. Aber das seid ihr ja gewohnt. Nun ist auch die Polizei eingetroffen und keine acht Stunden später wird man dann einen grausamen Funden machen. Die kleine Jean Benet wird tot aufgefunden im Keller der Familie Ramsey. Hinten beim Weinkeller liegt ihr kleiner Körper in einem weißen Laken. Ihr Mund ist mit Panzertape verklebt. Um ihren Hals liegt eine glatte Schnur, die wie eine Garotte, also ein Hinrichtungs- oder Folterinstrument, geknotet wurde. Diese wurde nämlich mit einem Pinsel verbunden, so dass man ihr die Luft abschnüren konnte, dass man das so zudrehen konnte. Ein Rest des Seils wird in der Nähe von Jean Benets Zimmer gefunden. Die Ramseys sagen aus, dass das Seil nicht zu ihrem Haushalt gehören würde. Autopsieberichte zeigen außerdem, dass Jean Benet ein fatales Kopftrauma erlitten hat, also einen starken Schlag mit einem Gegenstand wie einem Baseballschläger oder einer schweren Taschenlampe gegen den Kopf. Jedoch wird festgestellt, dass dieser Schlag nicht die Todesursache war, sondern eben die Strangulation. Und diese Strangulation erfolgte zwischen 45 Minuten und zwei Stunden nach dem Schlag gegen ihren Kopf. Also nachdem das fatale Kopftrauma verursacht wurde, ist sie erst einen geraumen Zeitraum später dann stranguliert worden. Außerdem zeigt der Bericht, dass die Sechsjährige Traumin in ihrem Genitalbereich erlitten hat. Auf der Kleidung, die Jean Benet trägt, findet man DNS-Spuren eines nicht zu identifizierenden Mannes. Diese DNS hat man jedoch nur in ganz, ganz geringer Konzentration gefunden. Und einige sind der Meinung, dass wenn es hier um einen Kampf ums Überleben gegangen wäre, dass man dann mehr DNS-Spuren gefunden hätte. Außerdem findet man am Tatort zwei fremde Fußabdrücker. Jedoch kann man bei den weiteren Ermittlungen keinerlei Spuren feststellen, die darauf hindeuten, dass eingebrochen wurde, dass jemand von außen reingekommen ist. So hat es zum Beispiel wahnsinnig geschneit rund um Weihnachten herum. Es werden aber keine Spuren im Schnee gefunden, die einen Einbruch beweisen. Es sind auch keine Türen oder Fenster beschädigt. Jedoch gibt es ein Kellerfenster, was bereits seit Monaten kaputt ist. Jean wollte es irgendwie schon immer mal repariert haben, hat aber gesagt, ja, unsere Gegend ist so sichert, wir kennen hier jeden. Da dachte ich mir, es ist nicht so schlimm, wenn ich das jetzt noch ein bisschen verschiebe. Das ist also die Situation. Ein Erpresserbrief, ein totes, sechstjähriges Mädchen im Weinkeller ihrer Eltern. Aber was ist passiert? Und hierfür gibt es einige Theorien. Zunächst muss man sagen, dass unglaublich unsaubere Arbeit geleistet wurde. So konnten ja von Anfang an alle, die es wollten, das Haus der Ramseys frei betreten. Die Polizei hatte nichts abgesichert, der Tatort wurde nicht geräumt. Und jeder konnte durch dieses Hausström sämtliche Zimmer besuchen und alles an Spuren verwischen. Es gibt also keinerlei Aufzeichnungen darüber, wer sich wann in welchen Zimmern aufgehalten hat, was berührt hat und wo unterwegs war. Es ist sogar so weit gekommen, dass einer der Polizisten, John und einem Freund von ihm, aufgetragen hat, das Haus nach Jean Benet zu durchsuchen. Das heißt, mögliche Verdächtige. Denn es ist nun mal so, dass wenn jemand in einer Familie verschwindet, dass auch die Familienmitglieder erst mal zu den Verdächtigen zählen. So hart das auch ist. Aber mögliche Verdächtige wurden hier damit beauftragt, das Haus nach der vermissten Person zu durchsuchen. Unbeaufsichtigt. Der Polizist betonte hierbei wohl, dass John das Haus von oben nach unten absuchen sollte. Das wäre normal, das wäre so die gängige Weise, wie man ein Gebäude durchsucht. John aber sei zielstrebig in den Keller gelaufen. Also bevor er irgendein anderes Zimmer durchkämmt hat, sei er direkt in den Keller, direkt in den Weinkeller und direkt zu John Benets Leiche gelaufen. Aus diesem Grund war er auch derjenige, der Jean Benet fand und nicht die Polizei. Als John seine Tochter fand, fing er an zu schreien. Und jetzt passiert die nächste Katastrophe. Es ist etwas, was man John nicht verdenken kann, denn ich glaube, wenn man sein totes Kind auf dem Boden liegen sieht, dann kann man keinen klaren Gedanken mehr fassen. Jedoch rennt er zu Jean Benet, packt sie und trägt sie auf dem Arm davon. Und auch das zerstört natürlich einiges an Hinweisen. Allein wie die Leiche lag, allein welche Fingerabdrücke, welche Spuren, all das ist verunreinigt. Abgesehen davon ist Johns frische DNS nun auf dem ganzen Körper von Jean Benet verteilt und auch hiermit gehen dann viele weitere Beweise zunichte. Das Seil übrigens, welches ja die Mordwaffe war und von dem die Ramseys behauptet haben, es würde nicht ihnen gehören, hat die Polizei niemals auf DNS-Spuren untersucht. Also die Mordwaffe wurde nicht unter die Lupe genommen. Ebenso wurden auch die Verletzungen im Genitalbereich von Jean Benet nie weiter erforscht. Eine weitere große Auffälligkeit in diesem Fall ist die Lösegeldforderung. Der Erpresserbrief. Denn dieser war satte zweieinhalb Seiten lang, aber nicht vorgeschrieben. Er ist auf Papier und mit einem Stift von den Ramseys geschrieben worden, was bedeutet in der Tatnacht selber. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da ist jemand, der sich vornimmt, ein Kind zu entführen. Und der hat keinen Erpresserbrief dabei. Das heißt, selbst wenn die Person davon ausgegangen ist, im Haus der Ramseys schon irgendwo Papier und Stift zu finden, muss er sich die Zeit genommen haben, sich hinzusetzen und zweieinhalb Seiten mit der Hand zu schreiben. Das ist so wild. Also jemand, der in meine Wohnung einbrechen würde, mit dem Gedanken, hier schon irgendwo Stift und Papier zu finden, der müsste sich mit irgendeinem ollen Edding irgendwie hier abfinden und das dann auf meine Wand kritzeln. Denn ich habe kein Briefpapier hier rumliegen. Dafür habe ich doch mein Handy. Nee, ich will gar nicht sarkastisch sein, aber ihr wisst, was ich meine. Also welcher Erpresser geht ohne Erpresserbrief zu seinem auserwählten Tatort? Und selbst wenn er alles vergessen hat, angenommen, das ist wirklich eine verpeilte Birne, wer setzt sich dann hin und schreibt zweieinhalb Seiten? Außerdem waren in diesem Brief auffällig spezifische Details enthalten. So stand dort zum Beispiel, Warum würde man als Erpresser so spezifische Details herausgeben, wie, dass man eine Gruppe an Leuten ist, dass man ein Problem hat mit John, dass man Amerika nicht mag. Das sind ja alles Dinge, die sehr schnell auf irgendwelche Tätergruppen hinweisen könnten. Würde man nicht bei einer Lösegeldforderung alles so knapp es geht halten? Hier Preis, Datum, keine Polizei und beeilt euch. So in dem Tonus. Wer würde da denn so viele Details rausgeben? Abgesehen davon wurde die Handschrift geprüft und sie stimmt nicht mit Johns Handschrift überein. Also da wurden ganz gravierende Unterschiede festgestellt. Jedoch gibt es Gemeinsamkeiten mit der Handschrift von Patsy. Nichts, was jetzt alles belegen würde, aber auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Also dieser Brief nach wie vor finde ich den sehr, sehr verwirrend und der macht für mich einfach keinen Sinn. Eine weitere Auffälligkeit ist ein Schälchen voll mit Ananas. Es sind kleine Ananasstücke in Milch. Und nein, nicht das ist die Auffälligkeit. Ananas in Milch. Habe ich noch nie probiert. Vielleicht muss man manchmal ja was Neues testen. Aber das war nicht die Auffälligkeit. Die Auffälligkeit war, dass es ein Snack war, den sowohl Burke als auch Jean Benet sehr, sehr gerne mochten. Die einzigen Spuren, die man an der Schale finden konnte, waren jedoch welche von Burke und Patsy. Patsy, die Burke dieses Essen wahrscheinlich zubereitet hat und Burke, der es gegessen hat. Nun wurden in Jean Benets Magen aber unverdaute Reste von Ananasstücken gefunden, die sie weit nach dem Essen bei der Familie White, wo sie am Abend gewesen waren, noch verzehrt hatte. Allerdings sagen sowohl Patsy als auch John aus, dass sie ja eingeschlafen ist. Dass Jean Benet nach dem Essen bei den Whites eingeschlafen war und dann nicht mehr aufgewacht sei. Das kann aber nicht sein, wenn sie ja irgendwann in dieser Nacht noch Ananas gegessen haben muss. Denn bei den Whites gab es keine Ananas. Die hat sie ja auch viel später erst gegessen. Eine weitere Auffälligkeit sind dann noch Patsys Klamotten. Es sind nämlich dieselben Kleidungsstücke, die sie am vorherigen Abend bei den Whites getragen hat. Hier sagen eine, ey, das deutet total darauf hin, dass sie gar nicht erst schlafen gegangen ist, dass sie immer noch die Klamotten getragen hat, weil in der Nacht was passiert ist, weshalb sie nicht dazu gekommen ist, zu Bett zu gehen. Andere sagen wieder, hier wird gerade zu viel rein interpretiert. Wahrscheinlich hat sie die Sachen ausgezogen, über den Stuhl geworfen und als sie die Polizei am nächsten Morgen gerufen hat, einfach das Erstbeste genommen und übergeworfen. Nun möchte ich mit euch zu den Theorien rund um diesen Fall kommen. Es gibt unfassbar viele Theorien zu diesem Fall. Fangt gar nicht erst an, auf Reddit danach zu suchen. Ihr verbringt da Nacht für Nacht drin, so wie ich es jetzt getan habe. Also lasst das direkt sein. Ich werde euch jetzt die drei größten Theorie-Bausteine einmal vorstellen. Zuallererst ist da der Baustein, es war jemand von außen, ein Fremder. Diese Theorie war vor allen Dingen am Anfang sehr populär. Die Leute sind davon ausgegangen, oh mein Gott, die arme Familie Ramsey, dort ist jemand eingedrungen. Das war eine fremde Person, die das getan hat. Was nun aber gegen diese Theorie spricht, ist ja, dass es keine Spuren gab, die darauf hingewiesen haben. Keine Fußabdrücke im Schnee, keine eingedrückten Fenster und dieser wahnsinnig komische Erpresserbrief. Wer würde einen Lösegeldbrief schreiben, das Kind aber nicht entführen, sondern vor Ort umbringen und in den Keller tragen. Auch scheint die Summe sehr, sehr seltsam gewählt zu sein. 118.000 Dollar. Erstmal eine sehr spezifische Zahl. Warum sagt man nicht 120.000, 150.000? Es war für die Ramseys auch eine verhältnismäßig kleine Summe. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die wahnsinnig wohlhabend waren. Das ist so eine Familie, von denen willst du eine Million haben. Warum 118.000 Dollar? Für viele war an der Stelle naheliegend, dass es vielleicht ein Kollege von John war. In dem Brief wurde ja hin und wieder mal auf Johns Arbeit hingedeutet und möglicherweise hat jemand mitbekommen, dass John zu Weihnachten einen Bonus in der Höhe von 118.000 Dollar ausgeschrieben bekommen hat. Denn genauso war es 118.000 Dollar, das war die exakte Summe von Johns Bonus. Also wäre es logisch, wenn es jemand mit Insiderwissen war. Allerdings konnte man dieser Theorie auch nicht nachgehen. Es gab keinerlei Beweise, die das gestützt haben und so wurde sie dann wieder fallen gelassen. Lange gab es dann Spekulationen darüber, dass in Boulder, in dem Ort, in der die Ramseys wohnen, ein pädophilen Ring zugange war. Und diese Schönheitswettbewerbsszene, in die Jean Benet ja von ihrer Mutter reingezogen wurde, war eine zwielichtige. Junge Mädchen, Minderjährige, die stark sexualisiert auf die Bühne geworfen wurden. Die performen mussten in Miniröcken und kurzen Shorts. Kinder, die angezogen werden wie Erwachsene, die dann tanzen müssen. Die eine Jury von Erwachsenen von sich überzeugen sollen. So etwas kann unter anderem zwielichtige Gestalten anziehen. Diese Theorie ging sogar so weit, dass manche der Meinung waren, die Ramseys würden Jean Benet für solche Zwecke ausnutzen. So sagen diejenigen, die an diese Theorie glauben, dass Jean Benet vielleicht am 24. Dezember, der Tag, wo die Party bei den Ramseys stattgefunden hat, mit einem Mann dann von ihren eigenen Eltern in den Keller geschickt wurde. Das würden dann die Traumen in ihrem Genitalbereich und die fremde DNS an ihrem Körper erklären. Also dass Jean Benets Eltern praktisch dazu bereit waren, sie herzugeben. Und diese Theorie findet auf jeden Fall so ihre Anhänger, ist aber nicht fundiert und auch sehr, sehr schrecklich. Und das sind sehr, sehr große Vorwürfe. Und deswegen, genau, ist das hier wirklich nur eine Theorie. Allerdings wurde der Aspekt Pornokriminalität nicht wirklich von den Ermittlern untersucht. Das ist etwas, was der Ermittlung auch häufig vorgeworfen wurde, dass in diese Richtung am Ende doch zu wenig geforscht wurde. Jedoch wurden einzelne Personen genauer unter die Lupe genommen, unter anderem ein gewisser Billy McReynolds. Er ist ein Bekannter von John Ramsey, ein Mann aus der Nachbarschaft. So ist er zum Beispiel der Weihnachtsmann, der auf der Familienfeier von den Ramseys am 24. Dezember aufgetreten ist. Außenstehende meinen, an diesem Tag gehört zu haben, wie Billy zu Jean Benet gesagt haben soll. Jean Benet, möchtest du ein Geheimnis wissen? Ich werde dich besuchen kommen. Und ich statte einen extra Besuch nach Weihnachten bei dir ab. Nach Jean Benets Mord trägt er dann immer eine Ampulle mit etwas Glitzer darin mit sich rum. Und das erklärt er damit, dass er diese Ampulle von Jean Benet geschenkt bekommen hat und sich so darüber gefreut hat. Und er sagt sogar, dass er später dieses Glitzer mit seiner Asche zusammen in einer Urne abgefüllt haben möchte. Und obwohl das alles ein bisschen creepy ist und ein bisschen speziell, oder ein bisschen speziell, sagen wir so, wir wollen hier niemanden verurteilen. Obwohl das alles ein bisschen speziell ist, gibt es keine weiteren Beweise dafür, dass Billy irgendwas damit zu tun hat, mit der ganzen Sache. So war es nicht seine DNS an Jean Benets Körper und er hatte auch ein Alibi für den 25. Dezember. Ein weiterer Verdächtigter ist Gary Oliver. Der lebt auch nur ein paar Häuser von den Ramseys entfernt und ist immer mal wieder auffällig. So wird er wegen Drogenbesitzes verhaftet, in 2016 wegen Kinderpornografie. Zum Tod von Jean Benet sagt er aber, Der Mord an Jean Benet hat mich tief berührt. Ich hielt sie für ein außergewöhnliches Mädchen, dessen Tod ein außergewöhnlicher Verlust war. Ich hatte das Bedürfnis, ein Denkmal, ein Schrein zu errichten, um an dieses kleine Mädchen zu erinnern. Ja, also auch hier wird wieder klar, dass Jean Benet wirklich jemand war, der alle verzaubern konnte, den alle geliebt haben. Aber dass da diese erwachsenen Männer so über dieses kleine Mädchen reden, ich weiß nicht. Höre ich zu viel True Crime? Ist es vielleicht total süß eigentlich und ich mache da gerade mehr draus als ist? Ich weiß es nicht. Schreibt gerne mal euer Gefühl gerade in die Kommentare. Ja. Etwas, was bei diesem Gary total auffällig war, ist, dass ein Schulfreund später berichtet, Gary habe ihn nach dem Tod von Jean Benet total aufgelöst angerufen und gesagt, Ich habe ein kleines Mädchen verletzt. Ich habe ein kleines Mädchen verletzt. Auch auffällig ist die Technik, mit der Jean Benet stranguliert wurde. Es war nämlich eine Technik, die Gary schon mal bei seiner eigenen Mutter versucht hatte. Das ist Gott sei Dank nicht geglückt. Jedoch war er für diesen Knoten bekannt. Allerdings sind sich die Experten bei der ganzen Sache nicht so sicher. Es könnte sein, dass der Schulfreund einfach nur in einen Artikel kommen wollte, dass er einfach irgendwas zu dem Fall Jean Benet sagen wollte, sich aufspielen wollte. Das war was, was nicht selten passiert ist. Viele wollten auf den Jean Benet-Zug aufspringen, erzählen, dass sie etwas gehört hätten, dass sie einen Verdacht hätten, einfach um ihre 15 Minuten Screen Time oder Magazin Time zu bekommen. Eine der auffälligsten Gestalten, denen hier nachgegangen wurde, war aber ein gewisser John Mark Carr. Er ist ein geschiedener Vater und Grundschullehrer. In seiner Vergangenheit heiratete er mal ein 13-jähriges Mädchen in Alabama. Das Auffällige an ihm ist unter anderem, dass er erst im Jahre 2006, also zehn Jahre nach dem Verbrechen, verdächtigt wurde. Er schrieb einem Journalisten in einer Mail, dass er in Jean Benet verliebt sei. Und in dieser Mail waren gruselige kleine Details, Sachen, die er über Jean Benet wusste, da stellen einem sich die Haare auf, wirklich. Außerdem gibt er in der E-Mail zu, Jean Benet eine Taschenlampe auf den Kopf geschlagen zu haben. Er schreibt, sie schlief natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich sie aus ihrem Bett nahm und in den Keller brachte. Ihre erste Reaktion war, wo bin ich? Und ich sagte, du bist in deinem Keller. Sie war nicht in diesem kleinen Raum, um entehrt zu werden. Und ich würde sie nie entehren oder in Ungnade fallen lassen. Sie war nur vorübergehend dort. Und was mich wirklich schmerzt, ist, dass sie dort geblieben ist. Und da hat ihr Vater sie gefunden. Und das ist einfach nur schrecklich. Zu diesem Zeitpunkt, wo dieser gewisse John Mark Carr diese E-Mail verfasst, ist er übrigens in Thailand. Er musste aus den USA fliehen, da er mehreren Anklagen wegen Pädophilie und Kinderpornografie aus dem Weg gehen wollte. In einer Doku wird über ihn gesagt, er war sehr überzeugend. Überzeugend in der Tatsache, dass er gruselig ist. Er ist so gruselig, dass er glaubt, was er sagt. Und die Polizei hat ihm geglaubt. Ich glaube, das hat sie wirklich. Bis die forensischen Beweise sagten, nein, er ist es nicht. Also die Polizei entpuppt ihn tatsächlich als Lügner, obwohl alles irgendwie gepasst hätte. Seine DNS passt nicht zu den Spuren, die man an Jean Benet gefunden hat. Und andere Details, die er angibt, sind mit der ersten Version seiner Geschichte später nicht mehr deckungsgleich. Nun ist ja eine weitere Theorie, dass es einer aus der Familie war. In neun von zehn Fällen ist es jemand, den du kennst. So heißt es in einer der Dokumentationen über den Fall Jean Benet. Und so ging es auch der Polizei. Schnell fiel ihr Augenmerk auf die Familie Ramsey. Denn wer sonst hätte das Kind umgebracht? Wie gesagt, gab es ja keine Spuren eines Einbruchs. Und selbst das Fenster, welches ja bereits kaputt war, spricht eigentlich dagegen, dass dort jemand eingestiegen ist. Es gab nämlich Spinnenweben an diesem Fenster. Ihr kennt es wahrscheinlich aus dem Keller, diese kleinen, fiesen Spinnenweben, wo man sich denkt, ach ja, ist ja nur der Keller. Komm, ich verschließe meine Augen und schnell wieder hoch. Diese Spinnenweben waren an dem Fenster und hätten durch das Einsteigen einer Person weggewischt werden müssen. Jeglicher Versuch, der Polizei durch das Fenster zu kommen, ohne die Spinnenweben wegzuwischen, war unmöglich. Alle Versuche sind gescheitert. Die einzig schlüssige Folgerung ist also, dass der Mord von jemandem ausgeführt werden musste, der sich im Haus befand. Zunächst ist da John, der Vater. Manche unterstellen ihm den Mord an seiner Tochter Jean Benet. Er soll sie missbraucht und anschließend umgebracht haben. Jedoch gibt es für diese Theorie kaum Beweise und sie hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Um Patsy herum schwirren hingegen schon mehrere Vermutungen. Eine Fraktion denkt, dass Patsy eifersüchtig auf ihre Tochter gewesen sei und ihren Erfolg nicht ertragen habe und sie deswegen umgebracht habe. Burke, der damals neunjährige Bruder, sagt aber mehrfach aus, dass Patsy eine sehr, sehr liebende Mutter war. Sie habe ihre Kinder nie verletzt, nie angefasst und sei immer sehr fürsorglich und stolz auf ihre Kinder gewesen. Alle im Bekanntenkreis bestätigen dies auch. Die bekannteste und von den meisten geglaubte Theorie ist die, dass Burke mit der ganzen Sache etwas zu tun hatte. Burke wird von einigen als aufbrausendes, manchmal sehr brutales Kind beschrieben. Erst ein paar Wochen vor Jean Benets Tod habe er sie mit einem Golfschläger getroffen. Er sei eifersüchtig auf Jean Benet gewesen, weil sie die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und habe oft je Zorn ihr gegenüber verspürt. Die Geschehnisse am 25. Dezember hätten folgendermaßen laufen können. Nachdem die Familie von den Whites nach Hause kommt und Jean Benet eingeschlafen war, wird sie von John ins Bett getragen. Patsy macht sie noch ein bisschen bettfertig, legt das Kind dann ins Bett, deckt sie zu und geht wieder runter. Dort geht sie zu Burke, der noch ein kleines bisschen Hunger bekommen hat. Wir kennen das alle, der Late-Night-Snack muss sein und so schüttet sie Burke dann seinen Snack zusammen, nämlich Milch und Ananasstücke. Nun wird vermutet, dass Jean Benet vielleicht doch noch wach geworden ist. Sie hat in der Küche was Klappern hören und neugierig, wie Kinder sind, wollen sie natürlich nichts verpassen. Und deswegen ist Jean Benet dann runter ins Wohnzimmer gelaufen, um zu gucken, was da noch passiert. Dort sieht sie dann ihren Bruder Ananas essen und das ist ja auch einer ihrer Lieblings-Snacks. Was sie also macht, ist zu fragen, ob sie was abhaben darf. Burke, der auf gar keinen Fall teilen will, lehnt es aber ab und als Jean Benet dann einfach nach einer Ananas greift und sie sich in den Mund schiebt, rastet er aus. In der Nähe liegt die schwere Taschenlampe der Familie Ramsey und Burke packt sie und schlägt seiner Schwester damit auf den Kopf. Sein Schlag ist stärker als erwartet und Jean Benet sackt sofort zusammen. Die Familie denkt nun, sie sei tot. Panisch überlegen die Eltern, was sie nun tun können. Sie wollen nicht beide Kinder verlieren. Nun, da Jean Benet vermeintlicher Tod ist, haben sie Angst, Burke jetzt auch noch an die Justiz zu verlieren und am Ende ohne Kinder dazustehen und deswegen formen sie einen Plan. Sie stellen eine Entführung nach und tun so, als sei es jemand von außen gewesen. Burke wird ins Bett geschickt, während Patsy oder John Jean Benet in den Keller tragen und die Schlaufe um ihren Hals legen. Das Fatale und Schreckliche an dieser Theorie wäre, wenn sie denn stimmt, dass Jean Benet ja noch gelebt hat, das ist klar. Sie ist erst durch die Strangulation gestorben. Was bedeutet, dass ihre Eltern, die laut dieser Theorie dachten, sie sei tot, sie erst getötet haben. Nun setzt sich Patsy an den Tisch und schreibt den Erpresserbrief. Darauf deutet hin, dass, wie schon gesagt, die Schriftart gar nicht so unterschiedlich von der Patsys war. Außerdem verändert sich die Handschrift im Laufe des Briefes. So ist sie am Anfang ganz klar stärker gefälscht. Zum Ende hin verschwimmt diese Fälschung aber. Sie ist nicht ganz konsequent. Und dabei werden einige der Buchstaben eben ähnlicher zu denen, wie Patsy sie schreibt. Zum Beispiel das Q. Das fällt ganz besonders auf. Manche sehr einfache Wörter sind falsch geschrieben. Andere komplexe Wörter, aber komplett richtig buchstabiert. Das sind so Kleinigkeiten, die darauf hinweisen, dass dir jemand einen Sprachgebrauch, einen Bildungsstand vielleicht verfälschen wollte. Das hat aber nicht richtig geklappt. Was auch noch für diese Theorie spricht, ist der 911-Call. Patsy ist japanisch am Telefon, berichtet, dass ihr Sohn Burke schon lange im Bett sei, schlafen würde. Jedoch kann man am Ende des Anrufs zwei Stimmen hören. Man glaubt, John und Burke zu hören. Obwohl Burke ja, laut Patsy, tief und fest schlafen würde. Das deckt sich halt einfach nicht mit der Geschichte, die die Ramseys erzählt haben. Und es ist auch komisch, dass sie sagen, dass Burke so fest geschlafen hätte, wenn man sich die Panik vorstellt, die ja in dem Haus ausgebrochen sein muss, in der Sekunde, wo Patsy davon ausgeht, dass ihre Tochter entführt wurde. Viele sehen auch Auffälligkeiten in der Gestik und in der Sprache und im Verhalten von Burke generell. So erzählt er zum Beispiel einer Kinderpsychologin, dass er nun nach Jean Benets Tod ganz normal weiterleben würde. Er würde Nintendo lieben und wirkt dabei ganz entspannt. Er sagt, dass sie wahrscheinlich durch ein Messer oder einen Hammerschlag umgebracht wurde. Er ahmt eine Bewegung nach und das, obwohl er angeblich nichts über den Tod seiner Schwester erfahren hatte. Außerdem malt er nach Aufforderung der Psychologin ein Bild seiner Familie. Jean Benet lässt er dabei weg. Also er malt nur sich und seinen Eltern. Die Bilder von der Beerdigung zeigen einen lächelnden Burke. Und trotzdem sind das alles nur Anschuldigungen. Das sind natürlich keine Beweise. Man muss auch bedenken, dass er neun Jahre alt ist. Und trotzdem kann man auf jeden Fall festhalten, dass es hier an Empathie gänzlich fehlt. Aber wie gesagt, das könnte auch am Schock liegen, daran liegen, dass man traumatische Ereignisse unterschiedlich verarbeitet. Also das ist jetzt nichts, was man zu doll analysieren sollte. Vor allen Dingen ich nicht, die ja keine Psychologin ist. Es waren einfach Auffälligkeiten, die vielen ins Auge gestochen sind. Etwas, was man aber schon mehr bewerten kann, ist der Auftritt von Burke 20 Jahre nach diesen Geschehnissen bei Dr. Phil. Es ist sein erstes und letztes Interview zu seiner Schwester Jean Benet. Einige meinen, ein konstantes Lächeln in seinem Gesicht zu sehen und halten das für unangebracht. Auch seine Gestik wird stark kritisiert. Jedoch muss ich sagen, dass ich zum Beispiel auch oft aussehen würde, als würde ich lächeln, weil ich so einen breiten Mund habe. Und ich auch schon Kommentare gelesen habe, wo stand, wie kannst du die ganze Zeit lächeln, wenn du so schreckliche Fälle erzählst. Dabei ist das wirklich mein Gesicht. Also da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist manchmal doof, wenn man so einen breiten Mund hat, der sich immer so verzieht. Selbst wenn man die Dinge gerade ganz schön schrecklich findet. Weitere Erkenntnisse in diesem Fall sind, dass die DNS-Spuren, die ja an Jean Benet gefunden wurden und nicht zugeordnet werden konnten, vielleicht durch den Herstellungsprozess der Klamotten entstanden sind. Das war so eine große Theorie, dass die wirklich nichts aussagen und einfach so an Kleidungsstücken dran sind, wie das manchmal halt einfach so ist. Trotzdem sieht es so aus, als würde der Fall für immer ungelöst bleiben. Und jegliche neue Information bringt nur noch mehr Fragen. Patsy Ramsey verstarb dann in 2008 an den Folgen von Eierstockkrebs. Ihre Seite der Geschichte wird man wahrscheinlich nie vollständig erfahren. John und Burke hingegen haben sich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Und so bleibt das Ganze ein wahnsinnig mysteriöser und schrecklicher Fall, der einen mit vielen Fragen zurücklässt. Was sind eure Gedanken zu all dem? Was ist das, was ihr jetzt hier mitnehmt, was euch beschäftigt? Bitte lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich muss sagen, dass ich so, so hoffe, dass es irgendeine Art von ausgleichender Gerechtigkeit gibt, dass, ja, dass Jean Benet vielleicht an einem Ort ist, wo es ihr sehr, sehr gut geht und wo sie vielleicht auch Kind sein darf. Wo sie vielleicht auch das tun und lassen kann, was sie will und vielleicht auch mal im Schlamm spielen darf. Das würde ich ihr wünschen. Das hat Spaß gemacht früher, sich als Kind richtig dreckig zu machen, oder? Das waren gute Zeiten. Naja, ich drücke euch auf jeden Fall. Habt einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Bleibt mir gesund. Und wir hören und sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal.